lustig das heißt ich musste den Schwert angreifen zu mir das erzählte ich kann wir sollten nicht drücken jetzt treu ich mich zurückgekehrt der seine Axt jetzt Hennigkeits zu vermitteln Hallo Hallo? Der trifft mich im... Ah, das ist für ein Scheiß. Achter auf den mit dem Schwert. Achter auf den mit dem Schwert, halt das Maul, Alter. Meine Fris, das ist gut zu dir. Aua. Also mit Cheats war das Spiel sehr viel einfacher, wenn ich das mal so sagen darf. Ich werde sich einen was ins Fäustchen lachen. Halter, hör auf mit dem dreckigen Schaar. Hi, ich werde wieder verreckt. Okay, Leute, das wird jetzt noch ein paar Jahre dauern. Gibt es da irgendwie eine tolle Attacke gegen den, wenn er da steht. Hallo? Ey, hallo, Leute. Ich weiß gar nicht, gar nicht. Ach, ich kann... Ach, ich kann... Okay, kann ich die Klassen machen. Okay, so enthalten. Okay, so enthalten. Okay, so enthalten. ...mix verbocken mit dem, der nicht verbringt. Lohle! Ist klar, ist klar. Das sagte mir jetzt, ihr Schweine. Die drückigen Säcke. ja leute ja vergessen ich versuch noch mal jetzt würden ich dachte schon ich dachte schon sie sind zu blöd mich zu töten aber ich dachte mir früher sagen können einfach drauf dreschen dann halt Spiegel ich mich gerne versorgen sowieso wieder wenn es auf ankommen naja also versuchen was macht ja der Mundbruch ein lief und auch ein Nummer zwei ich gestehe und das hatte ich nicht erwartet das hatte ich nicht erwartet sie hat wirklich los geht's direkt nach links sein ohne getroffen zu werden würde ich gerne was hast du nicht verstanden drin was hast du nicht verstanden ja was das was hat sich auf was soll er nicht achte auf den mit dem Schwert ok Moment mal jetzt den vorstärken ok ok immer ein bisschen fernhalten ok ok Aua hör doch mal auf bild fett jetzt nein 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 ich wusste wenn es auf ankommen bei ganz ehrlich Leute beim Therapiemaplatt Auto haben ja laut Ganz schlecht. Böses. Böses. Böses Putt-Pot. Alter, jetzt. Hört mal Treibchen. Jetzt. Ich hab gerade auf E gedrückt, verdammt. Ihr Wix. Come on. Ey, das ist so unfair. Ja, so dermaßen unfair. Lecken. Ja, komm. Ja, tötet mich. Tötet mich. Komm. Komm, man rein. Komm, Axt drauf. Fick dich. Boah, ich glaub, mein Schwein pfeift. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Einneut versuchen. Das macht so ein Spaß. So, hab das bald. So, bitte diesmal nicht den Speedkill versauen. Nun ja, ich gestehe. Das hatte ich nicht erwartet. Nein, das hatte ich nicht erwartet. Ich bin ein Dober. Okay. So, jetzt. Dekam. Ja, lauf ins Feuer, du Hälfte dritte hier wird auch ich bin so warum bin ich eigentlich dort nicht der Wiese machte denn die Stromo weg wenn ich den Hauer was sollte der Scheiß denn jetzt das Romo machen wenn ich die Schöne Sache es macht einen Heiden Spaß, das glaubt mir gar nicht. Feidewitz, das macht das nicht Spaß. Ja, sobald ich die schlage... Ach, kein Spaß, ey. Ist das nicht. Ist das schön. Kann ich das denn immer noch nicht wegsprungen? Sagt mir, wenn ihr mehr hören wollt. Natürlich. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Nun ja, ich gestehe. Das hatte ich nicht erwartet. Achte auf den mit dem Schwert. Ja, sobald ich das nicht weggekriegt, oder was? Ist das denn? Das ist das technologische Moment. Guck mal, jetzt schlazend. Ja, und die ziehen. Ja, und die ziehen. Ja, und die ziehen. Ja, und die ziehen. So, der schleckt. Das geht ganz schnell decken. Ja, ganz schnell auf mich drauflocken. Weil so cool ist. Ey, sag mal, du bist nicht zu Bündel, oder? Du sollst dich verteidigen, nicht deck springen. So, so. 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 Nicht versauen. So. So. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Jetzt endlich den. So hinterkampenner hier. Ab mit dem Scheiß jetzt den etwas weglochen. Etwas. ein bisschen von jetzt trefft man hat jetzt nur ein Wort die Ziele ist eher so viel total aneben bei der Nähe ab der Welt die Städte sich auf und soll der Scheiß denn jetzt jetzt ist richtig und wenn er jetzt so schnell wieder aufsteht ja jetzt ist richtig persönlich ok Leute, jetzt ist es richtig ja, der steht nach zwei Sekunden wieder auf ok, jetzt ist es richtig fies ja du, jetzt mein letzter Sand weg ja, du kannst dich im Sprung irgendwo hin umdrehen du behinderter Klopf das ich habe mich schon gerade so, weg, weg, weg du... ... ... ... er bettet wird Lala 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 das hat er doch nach